Ja Freunde, ihr seht mich wahrscheinlich zum ersten mal hier auf der Kamera, aber wisst ihr was? Ich bin immer noch eure Mima Moshima. Ja klar, ich bin zwar schwarz, aber ich habe auch eine weiße Seite. Yo Leute, was geht? Hier ist wieder mal eure Mima Moshima und heute machen wir die Lifehack, wie man am Abend überlebt und das erste Lifehack ist, ihr müsst hier erstmal einen Stecklauen in einem Freibad, hier habe ich schon mal zwei angepackt und als nächstes müsst ihr einen Kumpel anrufen, der beziehungsweise einen Ravioli Box hat und naja, das müsst ihr dann verspeisen, in der Schule vor allem und let's go! Na sieh mal einer an, wer kommt da? Service! Lieber Service Lieber Service, ähm, Entschuldigung, Ravioli 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 Ey, wissen Sie was ich mitgebracht habe? Ravioli Also Leute, so überlebt man einen Monster Morgen Hallo, ähm, achja, ähm, jetzt hessen wir mal die Ravioli Ähm, Ravioli von Benno Probier doch einfach Okay Ähm, Gebotest, ja Ich weiß, ich kann es nicht beschreiben, aber Hier kommt euer Mittagessen Guten Appetit Sie müssen das Produkt vermarkten Das Produkt Gibt einen Zusatzstoff, ja Gut Es macht ihr Mundgerecht wie voll Und jetzt auf jeden Fall, okay Ich entschuldige mich Ja, schmeckt sehr gut Ja, schmeckt sehr gut Was geht ab Leute? Ähm, wir sind auf die Suche nach Essen Denn, das besagte Ravioli, was mein Hunger stillen soll Mitten um 2 Uhr morgen, am Montag Oder Sonntag Montag Montag Hat mich leider nicht gestillt Deswegen machen wir eine Jagd auf Reise Achso, nach Essen Und mal gucken, was wir finden, was wir jagen können Denn es müsste dann echt auf die Jagd gehen Und du verstehst, was ich meine, oder? Mit dem Bogen? Mit dem Wald Okay Gehen wir erstmal den Bogen holen, oder? Wir gehen auf die Jagd So Ähm, und Leute Immer schön am Laufen bleiben Und... So Leute Und so bricht man in mein eigenes Haus rein, wenn man den Schlüssel vergessen hat So Ey Ey Nimm mein Handy mit Mach das So Ich sag mal Tschau Dann nimmst du, nimm die Warte Gib mir die Schüssel Und so ist sie mir eingebrochen Und so... Ähm... Koch mal in einem eingebrockenen Haus Mmh... Lecker So Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Julian, wie war der Tag so? Langweilig Langweilig Genau Und jetzt haben wir noch Essen gemacht hier Gucken dabei noch in der Serie Und... Guten Montag So Leute Wir haben über die Menschheit vieles gelernt vorhin Wir haben den Film Lucy geguckt Und... Es geht zwar nicht mehr weiter Wir nehmen hier das Boot Aber ... Dessen haben wir angefangen Das ist schon ein Problem. Das ist schon ein Problem. Leider hat die Mission nicht geklappt und wir bedanken für die Zukunft.